dann ja da hat sich definitiv recht alter alter ui 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 ich weiß nicht ich schwörs ach nö das hätte ich überhaupt nicht gewusst gehabt dass da ein monster ist aber und wieder was sind und zwar das jetzt der war locker oben gewesen jetzt locker oben gewesen locker aber gut ja das lassen wir es mal so stehen lassen wir es mal so stehen oder das war richtig mies weißt du spielst house of ashes und dann spielst du das und dann musst du eine ewigkeit warten bis du mal auf Viereck drückst dieses mal was ganz was anders hoppa obwohl sie schon so ein großer fetter flick hast mit Viereck und kannst einfach trotzdem nicht warten du willst einfach nur drauf drücken und da haben wir schon wieder so einen scheiß verfickten Würfel wir sind hier nicht allein doch nie ich regel das hau oder sonst ok so gegenseitig oder was oh ihw gefreut aber wie ich würde mal sagen erst mal gut definitiv ausnutzen 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 wie bitte wie bitte wie bitte die scheiße kommt doch nach das haben sie aber mit absicht gemacht weil erzählte normales ein locker mehr gemacht locker mit einer geilen kombi dieses jenes hätte ich ihn jetzt locker fertig machen können ja was würden das für eine scheiße die einfach so schwänze gestutzt worden ist wieder kommen wir dann wie ich sage hinterher jetzt habe ich das gefühl dass wir gegen dieses fette fisch kämpfen werden oder von diesem fetten fisch fliehen werden eins von den beiden wenn wir safe machen müssen ich frage mich langsam ob ich nicht mehr mit dem schicken visor sein sollte jetzt muss ich dann aber schauen wie ich da rüberkomme wie bitte danke wie bitte danke muss ich aber trotzdem schauen wie da rüberkomm sehr schön das da hinten sieht irgendwie aus wie eine dieser alten werkbänke würde mich nicht überraschen aber fast eins zu eins aber nur ein bisschen kaputt ganz ganz klein wenig feuerrate verdoppelt überleg überleg was ich nehmen soll extra schild extra gesundheit nie schlecht definitiv nie schlecht ja würde ich sagen würde ich sagen ja würde ich definitiv sagen ja und da würde ich doch einfach mal sagen so ein bisschen so zusätzlich was ja 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 oder oder nee 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 nimm mal das ist ja im prinzip ist es dann eigentlich bei dem wurscht aber hey immerhin wieder neues upgrade sehr gut ich hoffe aber dass da vielleicht sogar noch neue dazukommen und nicht nur das sondern vielleicht noch ein bisschen mehr das wäre schon wäre schon sehr schön wenn da was neues noch zusätzlich dazukommen würde ohne davon sehr gut gut zu wissen sehr gut zu wissen ja entweder wüsst du es jetzt gerne oder nicht ich weiß aber nicht ob die da raufkommt mit der losen einheit da oben sie ist von pilzen bedeckt wir können sie wahrscheinlich abschlagen aber nicht von hier unten außerdem habe ich keine schusswaffe wenn du das ding runter schießen willst brauchst du einen besseren winkel sie hat recht du schießt miserabel ich schieße nicht miserabel natürlich 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 wir brauchen einen besseren winkel ja dann wird es wahrscheinlich von oben sein auch da drin wohl noch leicht aber da kann sie was machen aber da kann sie was machen sie genießt es natürlich ich sie muss es genießen oder bei unserem tempo hat herrwender wenn wir endlich ankommen das monster sammeln längst aufgegeben das finde ich aber extrem geil ich meine hier ist dieser verdreckte reaktor ein paar schüsse müssen wir ihn runter holen ok ich bin ziemlich sicher das baby ist unser ticket nach oben irgendwie es ist weder ein baby noch ein ticket es ist ein reaktor das ding zu bewegen das ist der wahnsinn richtig genau wie die mächtige lady hellwender bin ich ungewöhnlich muss kunden natürlich natürlich alter ich bin schon so dermaßen gespannt auf diese scheiß verfickte weiter die lady hellwender lady hellwender dies 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 die gottes und dies und dies weiter und laser versichissen kann es auch nur ich bin jetzt schon passen sicher ich weiß gar nicht, wie ich zurückkommen soll, aber es wird schon passen, wenn wir schon zurückkommen, oder? Sehr gut. Sehr praktisch. Extrem praktisch. Da bin ich auch wieder gespannt, was wir so finden werden. Und sie, ja, sie wird es fix so schneiden können. Geht, oder? Ja, aber er macht den. Pass, pass, wir sind safe. Bei Eintrücken hat sie nicht gut angehört, der Scheißdruck. Ich weiß nur, dass der hier ist, aber nicht, dass das gleich wieder runterfällt. Wow. Sie hat uns nicht versucht zu töten. Oh mein Gott. Und? Das muss man wirklich loben? Sie hat uns noch nicht versucht zu töten. Oh mein Gott. Dass man das auch noch loben muss, oida. Dass man wirklich sowas loben muss. Geil. Sie hat uns noch nicht profitiert zu töten. Oh, das kann doch lustig werden. Ah, das wird jetzt fix ein Kampf. Das wird jetzt fix ein Kampf. Wetten, alle anderen landen woanders, außer wir. Das war definitiv zu spät. Wieso zum Flak ist das so tief? Komm schon. War eh klar. Wir hatten eigentlich zwei Eierdacht gehabt, dass das alle werden. Die landet fix auch drin. Die landet fix auch drin. Ja, und zwar schnell. Wo soll ich hier ein Seil finden? Keine Ahnung, aber ich sauf hier ab. Quill, unternimm was. Quill, unternimm was. Und was? Flak, flak, flak. Flak, flak. Oh, shit. Quill, quill, bitte hilf mir. Quill, quill, bitte hilf mir. Oh, what the fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. What the fuck? What the fuck? Oh, geil. Oh, wie so ein ganzes Baby hat er am Knummern. Voll lieb. Aber was war das? Wer für plötzlich so stehen geblieben ist? WTF? Keiner! Will er gleich verbessern oder wie? Anführungszeichen. Natürlich Hexenwerk, natürlich. Oh shit, aber mit einer neuen Fähigkeit. Eis, Eis, Baby. Ah, nicht schlecht. Definitiv auch nicht schlecht. Erst recht bei so einem großen. Oh, sehr gut. Okay, ist zwar schon wieder weg gewesen, aber was soll's. Aber mit dem Eis? Definitiv nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Ja, aber das mit dem Eis kannst du auch nicht die ganze Zeit bringen. Das ist halt das Geschissene. Manchmal schon und dann wieder bist du gefickt. Und dann bist du aber wirklich gefickt. Ah, der hätte ich mir gedacht gehabt, den mache ich mehr. Weil ich hätte mir wirklich jetzt Dach gehabt, den mache ich mehr. Aber wurscht. Ah, schade. Ich hätte mir Dach gehabt, den kriege. Ich hätte mir wirklich Dach gehabt, den kriege. Uh, ja, das wäre definitiv nicht schlecht. Hör auf, hör auf. Ich komm immer noch voll mit dem Zeug. Es wird kalt, dass jemand eine Klinge spürt. Du bemüht dich, Fatki. Wie ein Klinge, wie ein Klinge durch die Klinge. Ich bin Stefan. Nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Da, ein bisschen Eis und Tschüss. Passt schon. Man muss immer jetzt wieder ein bisschen hin und her kombinieren. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich glaube, wir können drüber klettern. Aber für einen kurzen Moment habe ich mir trotzdem Dach gehabt, dass du dauerhaft auf R1 drücken kannst. Aber geht nicht. Finde ich aber auch irgendwie ein bisschen gerecht, weil sonst wäre es glaube ich ein bisschen zu überpowered. Meiner Meinung nach. Aber was weiß. Kaum Energie. Können wir die Kanonen mit Muskelkraft rausziehen? Dann hätten wir Stufen zum Klettern. Warum nicht? Hm. Kannst du diese Kanone rausziehen? Ich versuch's. Ähm. Sie ist... Sturerreich erwartet. Zum einen krieg ich... Au. Na warte, dann machen wir einmal den hier und dann machen wir so Kombinationsding, hätte ich gesagt gehabt. Rockets, du würdest durch das Loch passen. Vielleicht kannst du drin was Hacken und Stufen für uns machen. Ich... Ich... Kannst du... Du nicht ewig! Halt! Mach deinen Weg um sie in Position zu halten. Warum gibst du nicht nach? Weil sie an so einem Rückstoßteil hängt. Drax, kannst du's nochmal versuchen? Ich hätten eigentlich gedacht gehabt, ich hätte ihn jetzt eigentlich beinahe nicht gehabt. Muss ich dazu sagen, aber wurscht. Ja. Dann halt so. Der Hund war. Jetzt müssen wir die nächste rausholen. Rockets, könntest du dich vielleicht in dieses... Ich denke ich glaube ich auch ohne dem Eisding aber wurscht. Hallo, Chitauri Schiff voller Sprengfallen und Todesmechanismen. Beides Dinge die du liebst? Du hast recht. Das stimmt. Ich sollte schon immer mal so einen Käferbomber von innen sehen. Okay. Drax, was stinkt du? Entweder kann er das jetzt von selber oder Drax kann das. Komm du nicht so. Oh. Entspann dich. Ich leite nur die Restenergie zu der Kanone um und nicht. Weißt du was? Klag drauf. Ich spreng das Ding. Das? Moment. Denk an die Sprengfallen und... Zu spät. Aber... Ich mach's lieber mal mit euch, weißt du eh, weil... sonst können wir gleich wieder alles von euch machen. Besser lieber jetzt, als wie zu spät. Na, was haben wir denn da Schönes? Ah, schon wieder! Geh. Wenn man doch kommt vielleicht wieder ein geiler Gegenstand, das wär's gewesen. Ah, Mist. Sehen wir die Schande, dass sie da raufkommen. Oh, Mann. Noch ein Mörder-Tentakt? Sie sind kein glückliches Mann. Oh, Schade. Jetzt soll ich's leider nicht sehen. Schon wieder Leben. Ja, das bezweifle ich, Drax. Aber schon wieder sie. Aber schon wieder. Oh, Mann. Warte. Hey, Lady Hellbanner könnte das sicher wieder managen. Dass wir das wieder schaufeln. Oder? Oder, Drax? Schaut schon mal wieder relativ viel versprechend aus. Ich bin aber gespannt, was der entlang geht. Ich bin aber gespannt. Du kannst nicht sehen, um die Energie zu spüren. Bäh. Was ist denn das, Alter? Ich weiß, ich geh nur ein bisschen auf. Also, kann ich leider nicht noch mal was machen. Schau. Huch. 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 Danke. Was? Da bist du wenigstens so... Leihwand. Denkst du so. Hm. Chili, Vanille. Kontrollierst dies, das, jenes. Wär richtig nice. Bissl erkunden vielleicht. Irgendwie schauen, dass wir Juni sammeln. Na. Nehmen wir auch nirgends. Wirst du auch noch verarscht. Hand von hier aus mein Haus sehen. Was machst du da oben? Kundschaftersachen. 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 Wirst du sogar noch verarscht, dass du da rumgehst. Und schaust. Ein bisschen. Ausgezeichnete Arbeit, Peter. Da wirst du sogar noch verarscht. Das ist ja Wahnsinn. Es ist ein Trupp, Alter. Da fühlst du dich nur verarscht, Alter. Ja, sorry. Ich geh heute noch mal nicht den richtigen Weg. Sorry. Und wei. Auf der falschen Seite. Jetzt bestehe ich drauf, die üble Bestie zu werfen. Irgendwie? Ja. Diesmal schon, oder? Ja. Schon. Schon. Wir finden definitiv einen anderen Weg. Weg. Lächerlich. Du hältst uns auf, um die Gefühle der Bestie nicht zu verlässt. Die Gefühle der Bestie. Die Gefühle der Bestie. Lass ihn runter. Lass ihn runter. Lass ihn runter. Lass ihn das eine Lektion zu entladen. Ich zeig dir gleich wie die Lektion aussieht. Das auch Leute. Wir sind doch Profi. So was machen wir nicht. Es ist wahnsinnig wie Profis. Seit wann? Hm. 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 Wieder ein bisschen Zapzerab. Sehr gut. Oh, wieder ein 60er. Yes. Aber dadurch, dass wir ja auch diese Eiskräfte haben, könnte es möglich sein, dass wir vielleicht sogar neue Sachen zum Upgraden haben. Drax, wärst du mal so nett? Nein, was wir eher bereuen werden, da durch jetzt zu gehen. Schisschleimig, oder? Sehr, sehr schisschleimig. So eine Art kleine Monsterfalle, oder was? Wir sind vorteuscht. Das ist der einzige auch gewesen, der sich erschreckt hat, super. Wie ein Snack, meinst du? Ja, ein Monstersnack. Wie sowas wohl schmeckt? Ein Monstersnack. Aperitiv natürlich. Den Käfig. Wir brauchen den Käfig. Wenn wir ihre Festung betreten und unser Monster spaziert neben uns her, da lachen wir uns doch ab. Oh shit. Aber... Aber wo sie recht hat, hat sie recht. Ja, natürlich. Vielleicht brauchen wir einen anderen Plan. Sehe ich auch so. Und ideal wäre einer, bei dem für meine Sicherheit als Anführer gesorgt ist. Wow. Oh shit. Danke, Groot. Danke. Danke. Oh, wie da? Jetzt kommt sie sogar noch als Pärchen auch noch dazu. Na, wie ganz reizend. Machen wir den Ball. Und wir den hier, oder. Und wir den hier. Und wir den hier. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Oh, babamäßig. Babamäßig. Der ultimative Schuss, oder was? Geschleicht. Wie ein Wrestler, oder was? Geschleicht. Wie ein Wrestler. Er gibt, der war er. Warte, ich würde kein Wissen so nahe anknüpfen, oder sonst was, ob das jetzt vielleicht irgendwie so eine ultimative Attacke gewesen wäre, oder sonst was. Hätte mich voller Wäsche interessiert. Scheiß, Hurenzviecher, oder? Aber, tracks, bitte schon, Regeln. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Okay, wenn das so ist, wenn das so ist, dann müssen wir es doch anders machen. Ich glaube, dann müssen wir erst, dass es wieder das Schwänzchen aus der Zahn oder sonst wie. Boah, das wäre jetzt knapp. Bist du, nagisch? Oh, oh, oh. Ich habe gedacht, jetzt muss ich es jetzt sein, oder? Es muss es jetzt sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir räumen da draußen groß auf, Quill. Siehst du ihren Gesichtsausdruck, wenn ich von oben herabstoße und sie in Streifen schneide? Juhu. Oder den, wenn sie erkennen, dass Groot sie in einen Bogen eingespant hat. Ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber es macht Spaß, mit euch zu kämpfen. Okay, klar. Wir haben da draußen einfach einen Riesenspaß. Wir ballern rum und amüsieren uns prächtig. Aber, wenn wir unseren Fokus verlieren, wenn wir die verrückten Gedanken nicht loswerden, die uns durchschütteln, dann sind wir erledigt. Wer ist dabei? Geil. Ich liebe es. Na komm weiter, na komm weiter, na komm. Alle in der Kombination, oder was? Das war... Okay, ich glaube, mein Fotomodus passt sehr gut. Sehr schön. Dann haben wir gleich den Fotomodus. Ganz toll. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Guck, 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 guck. Ja, 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 das kleine Stickerl geht schon noch, oder? Das kleine Stickerl hätte schon noch gehen können. Bumbe. Sonderschönes. Alles war fest. Stimmt, aber vor allem die stinkenden, schleimigen Tunnel. Broods, mach mir ne Brücke. Die Pestung ist auf der anderen Seite dieser Klippe. Mööö, da warten wir noch. Na, 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 da warten wir noch. Da warten wir noch, wenn's genau bei der anderen Seite ist. Weil dann schau ich mich da noch ein bisschen um. Nein, ist sie nicht. Was hat der Baum gesagt? Dass die Feuchtigkeit gut für uns ist und uns wachsen lässt. In deinem Fall, bezweifle ich das. Ich stimme Groot zu. Es ist wichtig, für Drea zu bleiben. Aber nicht so mit Drea. Geil. Ja, Groot, wirst du schon machen, geil. Und sollen wir ihn wieder zurückwerfen? Das wär's gewesen, Leute, das wär's gewesen. Und plötzlich hat er wieder aufgefressen von irgendeinem Viech. Boah, das wär bitter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer sterben wird. Also, sterben könnte in dem Spiel. Aber es wär halt geil, falsche Entscheidung. Könnt sich so hin. Beziehungsweise, ich würde das so dermaßen feiern, wenn man sagt, ja, da kann doch mal auch einer krepieren. Durch die ganzen Entscheidungen und alles drum und dran. Aber dennoch, auch nur, wenn's belanglose Entscheidungen sind. Die, was vielleicht keine Konsequenzen haben werden. Macht mir das trotzdem sicher Spaß macht. Oh. Oh. Ja. Das sag ich ja dazu. Da sag ich safe ja dazu. Alter. Geil. Sehr, sehr, sehr geil. Reiter der Apokalypse. Sau geil. Alter, wenn du schläfst, der geht fix hin. Also, an deiner Stelle will ich hier so schnell nimmer schlafen geh, gell. Weil der gefreut sich schon. Der gefreut sich schon, dass er da ein bisschen was... Hey, ich hab wenigstens welche zum zählen. Damit der klein bisschen verbesserungswütig das schlug. Das ist ja eh nur ein. Er hat sicher schon was geplant. Er hat safe sicher schon was geplant gehabt. So, das mach ich mit dem und das mach ich mit dem. Wow, die kommt definitiv in meine Festungstossel. Du Depple, das ist sexy. Sehr, sehr sexy. Bist du neuerisch. Und dieses zweite Viech. Ah, da muss. Besten Plans. Schlosser, der wie so... Ja, wir sind ne fette Mauer. Der. So. Geil. So geil vom Design und alles drum und dran. Einfach nur saugeil. Ah, da war was. Was schon da gehabt, ich hab da irgendwas... Irgendwas hab ich da mitgekriegt. Was saugeil mit den ganzen Viechersieger. Die jetzt sehe ich irgendein Spezialviech. Was uns richtig fickt. Komm nicht auf dumme Ideen. Tring das einfach hinter uns. Oh shit. Entweder haben sie checkt, dass wir jetzt hier sind und sind schon mal hingefahren, zu unserem Schifferl oder ich weiß nicht. Okay. Es ist weiter als es auch so. Viel weiter. Diese verflagte Brücke geht bis ins Nirwana. Nein, du übertreibst Nager. Sie endet bei der Festung und die liegt nicht im Nirwana. Na toll, jetzt bin ich wirklich beruhigt. Dann gehen wir mal, oder? Drei Züge. Peter? Hast du nicht was vergessen? Ich bin gut. Oh, na klar. Der Käfig. Wir haben das blöde Ding ja extra besorgt, damit sie keinen Verdacht schafft. Okay, Rocket. Los, setz dein Monstergesicht auf. Ich hab nur dieses Gesicht, Quill. Bist du dir ganz sicher, Peter? Seh ihn dir an. Da brauchst du ein echt gutes Verkaufsargument. Na, fix nicht. Ich bleib dabei. Safe. Helft mir mal gerade. Auf wie vielen Missionen waren wir schon zusammen? 13. 14. Kontraxia mitgezählt. Kontraxia war keine Mission. Es war ein Fiasko. Okay, aber der Punkt ist, es gelang mir immer, dich, Gamora, Thanos' Tochter, intergalaktische Attentäterin, als Heldin zu verkaufen. 14 Mal schon. Schon 14 Mal? Ich gebe zu, das ist ein Argument. Schon 14 Mal, also. Alter. Den verkaufst du nicht, Freund, oder was? Ach, natürlich. Versteh ich. Fühl ich. Kenn ich. Alter, wie tut er unschuld so mega. Einfach nur so geil. Dann würde ich ihm halt sagen, zieh, zieh, zieh. Nooo. Da haben sie es sich aber ganz einfach gemacht. Aber wirklich, doch, komm, der muss wirklich ziehen. Das wär's. Der war so fit, wie ich halt ein Legwer-Warsch. So friedlich. Ich habe als Kind nie einen echten Fall gesehen. Aber das hier zählt wohl auch. Er mag ja sehr hübsch sein. Aber könnten wir bitte nicht seine Aufmerksamkeit erregen, solange ich in diesem verflagten Camp. Aber ich muss dazu sagen, ich würde das so derbst mega feiern, wenn wir das so einen fetten Bosskampf da drin haben. Gegen so ein richtig fettes Viech. Lagerfeuer Song oder sowas, um uns die Zeit zu vertreiben. Oh, oh, ich kenne einen. Er heißt... Hör bitte auf. Okay, ja, okay. Moment. Heißt dein Song, hör bitte auf? Nein. Okay. Dein Song, bitte auf. Okay, ja. Nice. Aber heutzutage kann man wirklich nie wissen. Gibt's so viele Namen schon für jedes einzelne Lied. Es gibt schon teilweise auch für ein Lied oder fünf verschiedene Songs mit dem gleichen Titel oder sonst was. 2 Klicks, 0,9, 2,1, 0,3 Klicks, 4,5, 0,4 Klicks. Aber bis wir es wirklich geschafft haben, da schulden wir dann doch schon die 30.000 Units. Der Eggbusy, ja passt mal schon, endlich haben wir es wieder zugeschafft. Können wir dann einmal der Schifffahrt starten. Ja, ja. Bisschen die Origin-Geschichte. Ja, 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 ja. Zieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komm gleich nach, versprochen. Schon klar. Okay, aber umgeschaut haben wir sie ja schon einmal. Was? Auf den ersten Blick. Nee, das haben wir auch schon gehabt, das haben wir auch schon gehabt, das haben wir auch schon gehabt, das haben wir auch schon gehabt. Also, wenn du weiter so gut triffst, George, schaffst du es mit Sicherheit in die Hall of Fame. Wie viel haben wir auch, das haben wir auch, das haben wir auch, haben wir das auch? Oh, ja, Safe, müssen wir auch schon gehabt haben, aber ist ja wurscht. Wir sagen, gehen wir mal raus. Also, gleich sehen wir weiter. Jetzt zeig ich mal her, was haben wir da schönes. Mh, ich schlafe gern unter dem Sternenhimmel und frage mich, was da draußen wohl ist. Mom sagt, Opa hat viel darauf gespielt, als sie ein Kind war, aber es ist kaputt, seit ich denken kann. Andy sagt, man kriegt einen Hirnparasiten, wenn man die Zahnbürste teilt. Was? Stell dir mal vor, da wächst was in dir und übernimmt dich langsam. Aber, interessanter, kleiner, kurzer Gedanke, wie zum Beispiel bei Rocket. Schon wieder der Kühlschrank. Wieso ist überall dieser scheiß fucking Kühlschrank offen? Alter, weißt du eh, wie dermaßen wunderschöne Rechnung du da hast. Eine Stromrechnung. Masha-la. Und die Sachen dann sind teilweise vielleicht nicht einmal mehr gescheit kühl oder sonst was. Ja, das ist die Zeit, um zu gehen, von Zero zu Hero. Das ist echt total cool. Komm schon, Oichin-Geschichte. Ich wüsste sehen. Na, sieh mal einer an, wer sich da am Ende auch noch die Ehre gibt. Wo ist denn jetzt mein Kuchen? Ich hab dich gewarnt. Du hast ihn nicht gegessen. Ich bin so satt. Okay, pflanz dich hin, Schlafmütze. Oh, lieb. Und auch noch Pac-Man. Na, lieber. Keine Sorge, ich werde nicht singen. Ich find's schön, wenn du singst. Tja, ich glaube, das findest nur du. Los, wünsch dir was. Du bist jetzt ein richtiger Teenager. Gib Gas, die. Gib Gas, ich aufsteh. Oh, so viele Freundinnen. Da ist wohl jemand sehr beliebt in der Schule. Mom. Was denn? Du bist ein hübscher Kerl. Die Mädchen werden dir reinweise hinterherlaufen. Mom. Was hast du dir gewünscht? Was sollte ich mir denn wünschen? Ich hab doch alles, was ich brauche. Wow. Ich bin gespannt, um welchen großen Gefallen du mich jetzt bittest. Zehn Mäuse. Dan, Andy und ich wollen uns den Ritter des Kosmos im Rio ansehen. Ein Film, oder? Und heute, ja? Komm schon, der ist echt krass. Zombies überfallen die Erde und eine Handvoll Kinder muss sie alle umnieten. Eigentlich möchte ich nicht, dass du sowas siehst, Peter. Weil, weißt du noch? Dieser mit der Eishockey-Maske. Da hast du drei Nächte in meinem Bett geschlafen. Fertig, der 13. Tschüss, oder was? Das ist schon ewig her. Und der ist auch lange nicht so schlimm. Er ist ab 12 und ich bin schon 13. Ab 12, na prima. Da gibt es reichlich Schießereien und nackte Haut. Nicht richtig nackte Haut. Nicht richtig. Vielleicht ein Hintern oder so. Nicht richtig nackte Haut, geil. Nein, ich dachte nur, ich dachte, dass wir heute etwas Zeit miteinander verbringen und vielleicht unser Spiel beenden. Du kannst dich nicht drücken, jetzt wo ich kurz vorm Gewinn bin. Ich wende dann eher in die Richtung, safe. Das können wir doch immer noch machen. Also das meiste. Vielleicht morgen? Du sagst doch ständig, ich soll mehr aus dem Haus gehen. Das meinte ich aber nicht. Ins Kino gehen ist nicht aus dem Haus gehen und das weißt du. Bitte, bitte? Ich weiß nicht. Der Truck ist in der Werkstatt. Und du sollst nicht nachts rumlaufen. Da teilen sich komische Gestalten rum. Es ist nicht sicher. Ja. Schauen. Schauen. Also ich würde voll auf sie eingehen. Sie ist ja nur besorgt. Ja, das mache ich doch immer. So wie neulich mit dem blauen Auge? Ich habe doch gesagt, das war... Ich weiß. Du hast dich für jemanden eingesetzt. Das war gut. Aber du kannst kein Problem lösen, indem du eine Schlägerei anfängst. Ich konnte doch nicht nur zusehen. Nein. Natürlich nicht. Ach, na gut. Gib mir meine Tasche. Nicht so voreilig. Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse? Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Bett, das überfällig ist. Was? Erinnere mich auf mein Bett. Geh und hol's her. Ich mach noch die Küche fertig. Wir machen's gemeinsam auf. Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt, wenn es von seinem Vorder ist. Irgend so ein kleiner Tipp. Man muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt schon einmal erwähnt, ich habe das mit Eis zum Beispiel. War schon einmal in seiner Kindheit. Sollen Dan und Andy am Wochenende kommen? Lass bloß die Finger von dem Knopf. Und das könnte aber vielleicht auch so der kleine Indiz sein. Es könnte vielleicht auch so ein kleiner Indiz sein. Sei heute Abend vorsichtig, Peter. Wir gehen nur ins Kino. Was soll da passieren? Langweilig. Was vielleicht jetzt da dann gleich kommen könnte. Je länger du mit dem Geschenk wartest, desto eher überlege ich mir das mit dem Film noch anders. Der Kuchen sieht super professionell aus. Ist der sicher nicht gekauft? Das Geschenk liegt auf meinem Bett. Oh, ich dachte draußen. Ich könnte es holen und du machst hier alles fertig. Wie wär's? Verdammt. Mom hat vorgestern gesagt, ich soll die Wäsche einräumen. Das mache ich morgen früh als erstes. Klar doch. Fahrt für in der Ehrenwort. Klar doch. Mhm. Was glaubt. Meine Hand schmerzt immer noch von Moms Wurf. Ob sie mir wohl zum Geburtstag einen neuen Handschuh schenkt? Meine Hose geht's nach der Rauferei nicht viel besser als meinem Auge. Der Wü. Da frage ich mich aber, weshalb die Rauferei. Oh, jetzt geht's los. Sie ist ein nettes Nilsfutter. Sie wirkt das Fleisch. Oh, ha? Guten Whisky. Ein Gin Tonic. Wer definitiv dafür. Den muss ich später unbedingt Andy geben. Es war echt fair von ihm, sich den Star-Lord-Aufnäher nicht selbst auf die Jacke zu nähen. Es wäre voll peinlich, wenn wir ihn beide tragen würden. Mhm. 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 Kubrick. Kumpel, egal wie lange du hier auf Opa und Oma wartest, sie kommen nicht zurück. Tut mir leid. Das tut schon weh zu hören. Das tut weh. Ich weiß, warum du unser Spiel nicht beenden willst. Weil er Angst hat, weil er Angst hat zu verlieren. Gut, muss ich eben auf die Wiederholung warten. Willst du mir sagen, weil er Angst hat zu verlieren? Das würde ich jetzt so gern hören. Mom steht kurz davor, dieses Spiel zu... Ja. Es war so klar. Es war so klar. Es war so verdammt klar, Alter. Dass den Muder wieder gewinnen muss. Alter. Na, heil. Der Kleine hat einen großen Kampf geliefert. Unne Opas Tricks hätte ich ihn niemals an Land gezogen. Ich weiß nicht viel über Kunst, aber ich weiß, dass das hier sehr gut ist. Muss ein bisschen stil und gewass. So, anscheinend wird das wahrscheinlich von den Großeltern sein, weil ich sich kein Geschenk. Ich vermisse sie sehr. Oma hat mich am Sonntag immer zu Botengängen mit in die Stadt genommen. Auf dem Rückweg gab es immer ein Eis. Oh, lieb. Zum Glück habe ich endlich die Frisur, die ich immer wollte. Manchmal durfte ich bei Oma und Opa schlafen, wenn ich unten im Keller zu viel Angst hatte. Alter, allgemein, oder? Im Keller. Okay, wenn es ein bisschen Eurobist ist, ist es jenes. Ja, verstehe ich aber. Alter. Also ein Kind im Keller. Mh, mh. Ich kann mir unbedingt das Schießen beibringen. Eigentlich sollte Opa das diesen Sommer machen. Meredith Quill. Perfektes Spiel. Nicht schlecht. Also das mit den Schottfühlen, die können wir gerne. Okay. Der Großvater hat schon gewusst gehabt. Der hat mit 80 noch immer den Hanker geschwungen. Bis der Epa. Dann sagt, jede UFO-Sichtung ist in Wahrheit ein Wetterballon oder ein heller Stern. Aber es sind so viele. Könnten ein paar davon nicht echt sein? Der Himmel ist klar. Ob Mom sich heute Abend die Sterne ansieht, wenn ich im Kino bin? Klar wäre es schön, wenn es da draußen noch andere Welten gibt. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Nicht hoch, schätze ich. Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Alter. Aber geil, dass er sehr stark diese Interesse hat. Sehr, sehr stark Interesse hat. Das klingt verrückt. Aber Mom ist überzeugt, dass mein Dad ein Alien war. Sie glaubt es wirklich. Könnte sie recht haben? Ha. 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 Und wie sie recht gehabt hat. Und wie. Ach du Scheiße. Aber man muss dazu sagen, ganz wichtige Aussage, sie glaubt.